Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pure Farming 2018. Eines der anstrengendsten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, zumindest für meine Finger, hier auf der Tastatur. Die schlafen nämlich ein. Jetzt müssen wir hier auch noch Felder bewässern. Ja, ihr seht, das ist jetzt hier nicht hundertprozentig super gleichmäßig, aber so geht's am schnellsten. Bevor ich jetzt hier viel am Rangieren bin, kann ich lieber mal irgendwie eine Bahn auslassen. Und dann... Ja, das geht einfach vom Fahren her viel schneller, viel einfacher. 뭐 wie läuft jetzt ist der Tag, zum Beispiel hier Additionally. Das spürt ja eigentlich auch von sich aus weiter, wenn ich hier runterfahre. Ich schalte ihn ja jetzt mal aus, oder macht er es sowieso? Ich schalte ihn nicht von sich aus ab. So, dann machen wir mal weiter. So, dann machen wir mal weiter. Wasser reicht nie für das ganze Feld. Voll, ah Mann ey. Ne, es ist ätzend. Dieses mit der Tastatur ist voll nervig. Geht mir voll auf den Keks ey. Aber sowas von. Hey. Ja. Okay. Okay. b Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na komm bitte, die eine Bahn noch zu Ende. Oh, leer machen jetzt. Ja, ich weiß, dass mein Container leer ist. Achso, ne, da war's. Oh, mein Finger ist schon wieder eingeschlafen, ey. Das ist echt sehr, sehr führungsbedürftig. Was schön schnell geht, wird hier das befüllen. 6.000 Liter. Obzuck. Voll. Sehr schön. Ah, boh. Wie ihr seht, ich bin nicht mehr so richtig... Richtig stark motiviert. Richtig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sieht auch aus, ne? So, wie war das? Da vorne war doch die Werkstatt, oder nicht? War hier nicht die Werkstatt, irgendwie? Das hier kann ich doch auch mein Auto waschen, oder nicht? War das nicht so? Stand da nicht irgendwas? Man könnte hier mal in einer Werkstatt oder an der Nähe der Werkstatt... Mann, sag mal... Äh, das ist ein bisschen... Fahrzeugdiagnose reparieren... Antriebssystem, Räder... Alles reparieren, ja... Wieder Fortschritt... Naja, gut... Hey, wie es dem auch sei... Ich hab jetzt echt... Muss ich ganz wirklich sagen... Gerade keine Lust mehr noch irgendwas zu machen... Ich werde jetzt... Das Spiel speichern... Und ich kann euch auch ganz ehrlich noch nicht sagen, wann es weitergeht... Weil, äh... Ist das hier? Ah, hier ist der Kircher... Okay... Handwäsche... Ähm... Ich bin echt so ein bisschen enttäuscht, dass es mit dem Lenkrad nicht funktioniert... Und daher werde ich jetzt hier mal den Spielstand speichern... Ja... Möchte ich überschreiben... Ganz klar... Und... Dann war es das erstmal... Ich muss mal schauen... Also ihr werdet... Ähm... Höchstwahrscheinlich erst nach Ostern wieder was sehen... Weil ich keine Zeit habe, noch andere Let's Plays hier von aufzunehmen... Und, ähm... Also vielleicht kommt noch was... Aber... Vielleicht kommt morgen noch wieder was... Aber ich kann es euch noch nicht versprechen... Rechnet erstmal damit, dass es erst irgendwann in der Woche nach Ostern frühestens losgeht... Wahrscheinlich sogar noch eine Woche später... Und ich hoffe, dass bis dahin... Das Lenkrad am Start ist... Ja... Und in diesem Sinne... Sag ich dann mal... Ciao!